Hallo und herzlich willkommen zum Empowered Life Podcast, dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers Mindset und Empowerment Coach. Hallo, heute geht es darum, warum es so wichtig ist, dass du vorgehst, um deine Ziele zu erreichen. Vielleicht kennst du das, du willst was und der Verstand will erstmal nur einerseits in der Theorie weitergehen. Ja, das wäre gut. Ja, man könnte diesen Weg gehen oder den Weg gehen. Aber wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, dann grätscht der Verstand dazwischen. Und das liegt daran, dass er immer Sicherheit vor Neuem wählt. Das heißt, du musst vorgehen und quasi die Sicherheit, dass du das Ziel erreichst, vorschießen. Und das taucht in zweierlei Hinsichten auf, nämlich einmal bevor du losgehst, also bevor du den ersten Step machst. Und häufig auch, wenn du die ersten Schritte gegangen bist und dann nicht so, wie der Verstand das denkt, die Ergebnisse schon da sind. Und das ist so eine häufige Krux, sag ich mal, weil der Verstand da sehr schnell bewertet und sehr schnell beschließt, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg oder dann fängt er an zu zweifeln, dann fragen wir warum. Und wenn wir erstmal anfangen, warum, dann ist es quasi so, als hättest du den Rückwärtsweg eingeschaltet. Also stell dir vor, du willst von Hamburg nach München und dann ist die Strecke zwischen Hannover und Kassel gesperrt. Und dann sagst du so, oh nee, ich dreh um, wird nichts. Und der Verstand macht das gern, weil er jeden Moment ausnutzt, um wieder in das Alte reinzukommen. Also um wieder im Gewohnten oder im Bekannten zu bleiben. Und das ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen und auch immer wieder bewusst zu machen, egal was du Neues willst, du musst vorgehen, du musst in diesen leeren Raum reingehen, du musst den Weg einschlagen und vor allen Dingen dann auch dich weiterführen, wenn auf dem Weg Hindernisse kommen. Und das ist for sure, weil das ist total normal, dass das Leben ein immer mal wieder Herausforderungen vor die Tür rollt. und dann geht es darum, das Vertrauen zu kultivieren in den Weg und auch in das Ziel. Und das heißt, dass du zuerst losgehen musst, wenn du ein Sixpack haben willst. Auch wenn es nach einer Woche noch nicht da ist und jetzt kommt ja bald die, und ich spreche da oft drüber, weil das eine Sache ist, die häufig auftaucht, dieses zwei Schritte loszugehen und dann wieder einen Schritt zurückzumachen. Und es gibt Situationen, in denen das auch angebracht ist, in denen wir irgendwie den Weg anpassen müssen oder in dem sich vielleicht ein Weg auch als Sackgasse rausgestellt hat. Aber die Frage ist immer, ob es der Verstand ist, der reingrätscht und ob er dich in das alte Verhalten wieder reinzieht. Und in vielen Fällen, gerade wenn du ein Ziel hast, das wirklich mit deinem Herzen verbunden ist, dann passiert das häufig, ist das sozusagen wie so ein Muster. Ja, also in der, man spricht auch von, wie nennt man das? Das ist dein, dein, na, dein emotionales Zuhause, wie dein Thermostat. Ah ja, jetzt bin ich auf 20 Grad. Nee, nee, weiter gehe ich nicht. Und ich kenne das auch, das passiert, wenn wir Neues kreieren wollen. Und es gibt diese wunderschöne, ein wunderschönes Zitat aus einem Kurs im Wundern. Those who are certain of the outcome can afford to wait and wait without anxiety. Und das ist auch, finde ich, ein wunderschönes Bild, weil es geht nicht nur darum, zu vertrauen in den Weg, sondern auch den Weg zu genießen und den Weg zu, ja, zu feiern. Weil der Weg ist so viel wichtiger als das Ziel. Das Ziel ist auch wichtig, Ergebnisse sind auch wichtig, aber wie du den Weg gehst, entscheidet in jedem Moment quasi ja, wie es dir geht. Ja. Und das ist ein bisschen so, als wenn du, also das mit diesen Hindernissen, die kommen, da muss ich gerade so dran denken, wir haben mal ein Gartenhaus gebaut und da wollten wir unbedingt eine nach außen gehende, öffnenbare Flügeltür haben. Die so, ne, von innen nach außen sich öffnet. Und da war anfangs nicht klar, ob wir die bekommen. Dann gab es Lieferschwierigkeiten. Dann hieß es erst, ob wir eine nehmen, die nach innen öffnet. Und, no, solche Dinge passieren, da mussten wir warten, Dinge verschieben. Aber wir haben nie gesagt, nee, komm, lass uns das ganze Haus nicht bauen. Das wird nichts. Sondern wir haben auf dem Weg nach Alternativen geguckt. Und das ist so ein bisschen, wenn du gerade an so einem Punkt bist, wo du auf dem Weg bist, frag dich nicht, ob der Weg der richtige ist, sondern guck wirklich, ob da gerade ein Element ist, das leichter gehen kann. und guck, ob das Unbekannte etwas ist, was lebend wirkt, weil es ungewiss ist und wo dein Verstand wieder in das Alte will und wie du mit Freude in das Unbekannte reingehen kannst. Also eher mit so einem Gefühl von, hey, das ist ein Abenteuer, weil der Körper kann ja nicht unterscheiden zwischen Angst und Aufgeregtheit. Das sind fast die gleichen Sensationen. Und dann eher so, oh wow, ich gehe ins Unbekannte. Das heißt, ich gehe weiter in Richtung meiner Ziele. So, und auf dem, und wie kann es jetzt gehen, den Weg mehr zu genießen? Und da ist es hilfreich zu verstehen, dass es ja die Komfortzone gibt. Ja, die ist immer der Bereich, der bekannt ist. Das ist auch die Gewohnheitszone. Und dann gibt es die Panikzone. Das ist, wenn du so merkst, so wow, 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 hier wird es krass, hier wird es krass. Aber dazwischen liegt die Stretchzone oder auch Lernzone genannt. Und das bedeutet, das ist ein ganz gutes Barometer dafür, dass du auch langfristig in die Veränderung gehst. Das bedeutet, du gehst aus der Komfortzone regelmäßig raus, am besten täglich ein Stück, in die Lernzone. Aber du bleibst quasi in der Lernzone und dadurch stretchst du die Komfortzone Schritt für Schritt nach außen. Und da ist es eben auch total hilfreich, in die Umsetzung zu kommen und zu gucken, wie reagiert dein Körper auf die Umsetzung und diese Veränderung nicht im Kopf zu machen. Weil das ist häufig so, dass wir dann sagen, ah ja, das kann ich machen, das kann ich machen. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann kommen die eigentlichen Themen hoch. Und dann ist es gut, wirklich konsequent in die Handlung zu kommen und in Freude. Also wie kann das schön in der Lernzone, schön so, dass du den Weg genießt und dass er Freude macht. Und eine Sache, die der Verstand auch gerne macht und das ist, da geht es auch wieder darum, du gehst vor und dann, meistens ist es so, wenn du dann in die Umsetzung kommst, du gehst auf ein neues Ziel zu, du gehst auf deine Träume zu, du kommst in die Umsetzung und dann guckt der Verstand sehr gerne auf die aktuellen Umstände. und macht daran wieder die Gefühle fest. Und wenn wir uns mal angucken, wie Emotionen entstehen, dann ist es ja häufig so, dass wir davon ausgehen, dass Emotionen die Wirkung von etwas im Außen sind. Also ich habe eine Situation und deshalb bekomme ich die Emotionen, also quasi wie ein Trigger. Etwas im Außen passiert und dann bekomme ich die Emotionen und der Trigger ist quasi dafür verantwortlich, dass ich die Emotionen habe. Und der leichteste Umgang mit den Emotionen ist, keinen Widerstand zu haben. Also nicht den zu viel, also nicht drin festzustecken, das heißt, oh, jetzt muss ich mich mit den Emotionen beschäftigen, sondern die Emotionen wahrzunehmen und dann zu gucken, hey, kann ich sie gerade leicht verändern? Bin ich gerade in so einer, bin ich gerade in einer guten Position, wo ich die Emotionen surfen kann, wo ich sie beeinflussen kann? Denn wenn wir einen Schritt tiefer gehen, dann ist es so, dass Emotionen, wir nehmen sie als Wirkung von außen wahr, aber eigentlich ist die Ursache für die Emotionen bei uns im Inneren. Und das ist super kraftvoll, weil das bedeutet, du kannst die Emotionen mit ein bisschen Übung kreieren. Du kannst sie verändern und beeinflussen. Und manchmal gibt es eben auch die Emotionen, wo du denkst, oh Mann, die sind jetzt wirklich, das hält mich jetzt gerade auf oder so, da kommt eine Emotionswelle angerannt und ich mag so gern von Sadhguru, es gibt so Tage, Sadhguru, das ist ja so ein indischer Lehrer, Guru, aber ich finde den sehr witzig und der sagt so schön, when you have a bad day, give up, go home and sleep, fuck it, try again tomorrow, not every bad day can become a good day. Manchmal gibt es so Tage, da ist es, wie es ist, aber häufig haben wir sehr viel Einfluss auf die Emotionen, die wir kreieren können. Und allein schon diese zwei Dinge, also, dass wir denken, die Emotion wird durch etwas im Außen kreiert, aber eigentlich ist unsere, ist der Filter im Inneren dafür zuständig, warum wir die, warum die Emotion kreiert wird. In Red Red Resolution Therapie nennen wir das auch roten Sand. also der rote Sand quasi sorgt dafür, dass wir Dinge so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Und wenn das jetzt nicht so tiefe Themen sind, wo es dann auch Sinn macht, die aufzulösen an der Wurzel, quasi an der Ursache, ist es häufig so, dass Emotionen auch viel mit Gewohnheit zu tun haben und du diese Gewohnheit Schritt für Schritt verändern und beeinflussen kannst, indem du dich daran erinnerst, dass die Wirkung nicht das Gleiche ist wie die Ursache und die Ursache ist immer bei dir. Das bedeutet, du kreierst immer die Emotion. Und das ist super spannend auf dem Weg, wenn wir uns auf neue Ziele zu bewegen und gerade, wie gesagt, das fängt ja bald das Neue, also wir sind kurz vorm Jahreswechsel, so schnell ging das dieses Jahr. Da ist es ja häufig so, wir haben ein Ziel, zum Beispiel, ich will 10 Kilo abnehmen und dann bin ich super gut dabei, ich bin total committed, ich mache eine Diät, ich nehme 5 Kilo ab und dann nehme ich ein Kilo zu. wieder, durch irgendein, zu viel gefeiert, zu viel Wein getrunken, whatever. Und dann kommt sofort der Verstand und schneidet dich von dem Gefühl des Zieles wieder ab. Also du warst sozusagen auf deiner Welle, hast alles super, warst super motiviert und das ist dann quasi dieses Hindernis, das ist dann quasi diese Straßensperre zwischen Hannover und Kassel oder auch das Fenster, das nicht kommt. Und da geht es halt wirklich dann darum, diese Emotionen zu managen und dich nicht mitreißen zu lassen von diesem Gefühl, jetzt ist das Ziel nicht erreicht, dann bringt es ja eh nichts. Also so kommt es häufig dazu, dass wir dann von diesen, wir haben ein super Ziel, wir haben einen Weg, wir sind auf dem Weg, warum wir dann häufig oder manchmal, wenn wir keinen guten Coach an der Seite haben, dann wieder von dem Weg abkommen können. Muss nicht sein und deshalb, also das ist der Punkt, das ist das Hindernis und es ist super spannend, weil wir verbinden ja immer mit dem Ziel ein bestimmtes Gefühl oder etwas, wenn du dich fragst, warum willst du das Ziel erreichen? Dann ist immer die Frage, welches Gefühl willst du eigentlich erreichen? Weil es geht immer darum, dass wir ein bestimmtes Gefühl verbinden mit dem Erreichen des Zieles. Und das ist das, der Shortcut quasi zur Zielerreichung ist auf dem Weg zum Ziel, das Gefühl so oft wie möglich zu kreieren. Und ich nenne das Empowerment-Spirale, das bedeutet, du verbindest dich mit dem Gefühl, dass dein Ziel schon erfüllt ist und dann kreierst du dieses Gefühl auf dem Weg zum Ziel kontinuierlich immer wieder. Und wer jetzt so Manifestationslehrer kennt wie Neville Goddard, der sagt ja auch immer, it's already done, also sei in dem Gefühl der erfüllten Erfüllung, also du bist quasi am Ende schon jetzt. Und das macht von einer neurowissenschaftlichen Seite Sinn, weil du dich natürlich damit in eine positive Haltung bringst und natürlich, wenn du dich in eine positive Haltung bringst, ziehst du auch positivere Dinge wieder an. Und dann kann es sein, dass es so Schluckaufs auf dem Weg gibt, ja, aber das Grundsummen bleibt gleich. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, okay, das Ziel, mit welchem Gefühl verbindest du dein Ziel und da mal richtig rein fühlst, ja, mit allen Sinnen, wie fühlst du dich, was siehst du, was nimmst du wahr, was riechst du, welche Farben nimmst du wahr, welche Gerüche, was hörst du, wer umgibt dich. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, weil in dem Moment, in dem du quasi dir das vorstellst, mit allen Sinnen, die du hast, primst du quasi dein Unterbewusstsein auf dieses neue Ziel und veränderst in dem Moment ja schon dein emotionales Zuhause. Und wenn du das mit mehr Handlung dann noch bestätigst, also quasi noch beweist, hey, und ich gehe auch in die Richtung, ich bewege mich wirklich darauf zu, nicht nur in Theorie, sondern tatsächlich in der Praxis, dann kreierst du quasi deine eigene Kraft auf dem Weg. Und es gibt noch eine super leicht anwendbare Technik aus dem NLP, die du nutzen kannst und die heißt Match and Lead und das ist eigentlich eine Technik, die vor allen Dingen für Gruppen geeignet ist, also wenn du merkst, ich weiß nicht, du bist ein Lehrer, stehst vor einer Gruppe und dann nimmst du erstmal die Energie der Gruppe wahr. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Workshop leitest oder so, ich kenne das noch von Workshops, dann tunst du dich erstmal in diese Energie der Gruppe und dann nimmst du die Energie auf und führst, quasi veränderst die Energie. und ich finde das super hilfreich, wenn du dir vorstellst, du hast quasi wie so ein Avatar, der das Ziel schon erreicht hat und das tut, also was tust du, wenn du das Ziel schon erreicht hast, was tust du, wenn du das täglich auf dem Weg bist, das zu erreichen und dann nimmst du die Energie von der Person, du matchst die Energie von deinem eigenen Avatar und führst dich selber in dieser Energie Schritt für Schritt weiter und auch das ist eine wunderbare Technik, die du nutzen kannst, um deine Energie zu shiften und dich mehr und mehr und Schritt für Schritt in deine Kraft zu bewegen. Match and lead with your Avatar. Ich finde, das ist super, gerade wenn du so merkst, hey, du bewegst dich vielleicht in einem alten Trott, oder du gerätst in ein altes Muster, wo du merkst, du machst jetzt wieder die gleichen Dinge, wie ich meinte, dein Verstand ist gerade auf dem Weg für dich den Rückwärtsgang einzulegen, dann kannst du sagen, machen wir nicht, machen wir jetzt hier und heute nicht, sondern ich match und leade, das heißt, ich nehme die Kraft und gehe damit mit dieser neuen Energie einen neuen weiteren Schritt in das Unbekannte, in das Neue, es ist auch unbekannt, es muss ja auch gar nicht unbekannt sein, es kann dir ja schon bekannt sein, dadurch, dass du eine Klarheit hast, wo du hin willst, ja, und meistens wissen wir ganz genau, wo wir hin wollen und meistens wissen wir auch ganz genau, was die nächsten Schritte sind und häufig ist ein Hindernis dieses du gehst zuerst, du bist derjenige, der führt und auch weitergehen muss, das ist dann dieses wenn du etwas verfolgst, ja, und ich witzigerweise muss ich gerade daran denken, ich habe mal ein Interview gehört mit Herbert Grönemeyer und da hat er erzählt, dass er anfangs gar nicht wusste, ob er je bekannt wird, aber die Liebe zur Musik hat ihn einfach weitermachen lassen, weißt du, also so diesen Prozess zu feiern auch und nicht die ganze Energie an das Ziel abzugeben, das ist so, so hilfreich. Das guten Ziel zu haben, es ist gut, die Ziele aufzuschreiben und Klarheit darüber zu haben, aber dann geht es auch darum, den Weg zu genießen und vor allen Dingen dich zu führen, weiter zu gehen, wenn Hindernisse kommen und nicht sofort die Zügel wieder an den Verstand zurück zu geben, der gerne dann liebend gerne dann übernehmen will, sondern wirklich weiter zu leaden, to lead and match mit einer neuen Energie, mit einem tiefen Vertrauen, dass das Ziel aus einem Grund bei dir ist und dass du alles hast, um es umzusetzen. So, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt eine neue Rubrik habe, also let's explore und ich bin gerade dabei, zwei Liter Wasser vor zwölf zu trinken und das ist ein ganz schöner, das ist ganz schön viel, aber match and lead, drink your own medicine, genau, also wenn du mitmachen willst, steig noch mit ein, ich werde im Januar darüber berichten und habe auch schon ein paar neue Ideen, was ich noch alles ausprobieren will und wenn du Ideen hast, schreib mir auch gerne, dann testen wir das zusammen und ansonsten würde ich sagen, melde dich gern, wenn du Unterstützung auf deinem Weg möchtest, ich biete ab nächster Woche auch einzelne Rapid Resolution Therapy Sessions an, sodass du 90 Minuten buchen kannst, wenn du eine Thematik hast, eine ganz konkrete Thematik, an der du arbeiten willst, da werde ich aber in der nächsten Folge mehr drüber sprechen, da werde ich davon berichten und ja, ansonsten würde ich sagen, ich freue mich immer, wenn du den Podcast unterstützt und ihm einen Reichweiten Boost verpasst mit deiner Bewertung und ja, schreib mir gern auf heike-dittmers .coaching auf Instagram oder du findest auch die Links in den Shownotes und ja, ich freue mich auf die nächste Folge im Empowered Life Podcast, denn wenn du in deiner Kraft bist, ist die Welt in ihrer Kraft. Und ja, noch